E-Mail Herzlich Willkommen und weiter geht mit Naruto Shippuden diesmal nicht mehr Sarah, sie sitzt aber jetzt auf meinem Bett und checkt Facebook auf ihrem Handy aber wir haben einen anderen Gast dabei mit dem ich ebenfalls zusammen bin den Julius Moin oder so? Ja okay, weiter geht's Haa wie ich bin da schön Das war's für heute. Es ist mir egal. Max 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 Ja, jetzt krieg ich aber auch Bock auf Nudeln Körner von meinem Vater und ein paar Nudeln machen. Oder Jules, darf ich deine Nudeln? Na klar. Freie Bewegung! Geil! Wir sind keine Neger mehr. Nein, nein, das hab ich jetzt nicht gesagt. Wir dürfen uns frei bewegen. Warum findest du? Da hin, wo ich hin soll. So, das wird so ständig. Was sagt ihr beiden denn? Herr Kakashi, wir müssen reden. Jules übernimmst du den da? Gut, ich nehm du Kakashi, nimmst du Koteck zu? Also den Linken, der gerade redet. Keine Ahnung. Wir brauchen noch mit. Okay. Ich versteh, ihr bringt also heute im ganzen Dorf Vogelweiber an. Zum Vögeln. Mhhh. Da kannst du jetzt auch noch Kuchen lesen. Und auch noch so ein Test machen. Das stimmt schon. Nimm uns Trauchen, wir müssen Trauchen und mit einem anderen in Kontakt zu bleiben. Und da es dir wieder auch vor uns steht, soll die Anzahl der Vogeln so dabei für euch erhöht werden. Mehr Bordels. Ob es jetzt eine Menge Arbeit und das Dorf ist riesig. Ich weiß nicht, ob wir das heute alles fassen. Naja, wir könnten ja eins für euch übernehmen, wenn ihr wollt. Aber nur eins. Wirklich? Meinst du das ernst? Aber was ist denn hier denn Nudeln? Stell dir einfach vor, das wäre dein Letztaufgabe, wo du losziehst, du nur den Tyson. Hm. Ne, 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 ne. So. Also Kakashi, euer Team, kann das oben auf dem Konoha errichten. Hier kann man uns umsetzen. Und das Material ist in diesem Top. Vergiss nicht, das mitzunehmen. So stunden. Wir sind ja wirklich dankbar, weil die Fresse euch einfach groß ist. Jetzt müssen wir das Material zu diesem Top rein, dann gehen wir zum Internet. Also dann ran an den Speck. Warte. So. Um. Du hast ja heute Vogel, was Vogelhausbeurteile. Da, 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 da. Oh, scheiße, Information, ey. Das mit diesem Material wäre erledigt. Lass mich miteinander, das Vogelhausbeurteile. Da, 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 da. Und dann töten. Lass mich nicht. Die kann ich trennen. Ich tremmen. Ach, da musst du es ja, da muss ich ihn. Hütteln? Ne, das sein Nudeln. Was, das ist ein Nudeln? Nein. Geh, einfach nicht. Ich will ein Nudeln. Nimm einen Nudeln. Nö, naja, naja. Ich will eine Nudeln. Nö, naja. Nö, ich will einen Nudeln kein Westchen. Ok. Ich meine, wir können knack was. It's rolling, rolling, rolling. Ach nee, doch nicht. Das ist ein Waffenladen. Ihhh! Putzfrau! Tiefgrau! Geh die weg. Hey, da war Tentern, hast du gesehen? So, ne, irgendwo. Irgendwohne. Ja, hier so. Das dürfte der rechte Richter sein. Ach so. Alles fertig. Gut gemacht, das sollte funktionieren. Äh, wie hab ich denn Sakon versprochen? Ich werde, äh, was, Itsuno und... Kontexten. Kontexten. ...berichterstatten und Bescheid sagen, dass unser Teil erledigt ist. Da-da-da-da-da-da-da! Peace! Togel. Vögel. Ok, Vögel, haben wir halt geschafft. So, jetzt haben wir gefögert. Mann, bin ich hungrig. Ich brauche Nudeln! Ja, ja, ich weiß schon. Ach. Ich schwöre, der Typ redet nie von was anderes als... ...immer nur von Nudeln. Vögel. Hier und... Vögel. 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 Nein, nur du Vögel. Du Vögel. Du Vögel. Vögel. Du Vögel. Du Vögel. Du Vögel. Du Vögel. Ich weiß. Oh nein, haben wir keine Verkuren, wenn ich da auch den tun. Ja, guck mal. Okay, du bummst mich wieder. Oh, okay, das wird mir jetzt zu warm. Ja. Ach, da siehst du noch Pfeffer mit oder was siehst du? Da übrigens noch ein Stuhl. Oh. Ja, holen wir dir. Setz mich da nichts von mir, Julius. Nein, ich fühl die Mitte. Wie so wie fühlen wir dich auf das Gamepad? Na und? Okay, wo müssen wir jetzt hin? Okay, wo müssen wir jetzt hin? Ja, das sieht man jetzt, der SMAX spielt gleich nichts, man. Ich habe jetzt noch mal den Hochständen. Na, na na, na, na. Na, na. Ne, geht mir. Ne, geht mir. Ich habe immer nur den Böden in der Tatuntergang. Keine Ahnung, wie dievocaten zu pumpen. Ich habe es mich zu machen. Ich habe ein Lieferruf vorgelegt. Ich habe es schon früher maps. Das ist schon früher. Ich habe schon raus. Ich habe es einfach mal in den Böden. Es wird schon richtig verhalten. Nicht, dass ich das nicht verhalten. wenn es nicht mehr so ein paar liessere Zugspuffer, hier noch mal oder geile das erste Mal über 100 Euro als Richter und heute sind die vielen keine Ahnung sind in der Hand wenn das jemand weiß ich würde zu sagen oder ist der Schilderung sie will ich von ihr hergekommen 9 um das sind umgerechnet sogar 60 Euro die in der Nähe der Kirche nicht heute vertreten, es gibt keine Beschränkung ja, ja, ich hab schon mal aufgesucht Ah, den sind jübes Geld Ich? Ja, der Kuro. Kiva, was ist denn los? Oh Gott so, und dann die Ruhrbehalte, ja, denn die Zonade ist gerade entlassen worden Höh! Ah, ne, ich muss wahr sagen Wahr! Ist auch so mit sich Ne, kann ich, bin ja auch ich Ach so, ja Wo du bist? Am Lachen Du bist so ein Typ namens dann so Ich kann aber einfach so richtig sein Hast du gerade dann zugesagt? Nein Aber dann soll es doch sein Vorgesetzter, oder? Stimmt, und außerdem ist er derjenige, der gemeinsam mit Orochimau, wo ein Komplettgeschmiedes hatte Oh, ne Katze! Oh, und das ist noch nicht mal das Ärgste So sagt Orochimau, da muss Soboku zum abtrünnigen Ninja-Klär Scheiße, ich hab' Kind, ich hab' nicht, stimmt, ich hab' nicht Das wäre so normal Und einen Anlass herausgegeben, der es erlaubt ihn abzuhören Was abzuhören Was abzuhören? Na, ich hab' nicht abschiebt den Kopf Er hat was gemacht? Nein, keine Ahnung was er gemacht hat Was macht ihr damit? Was macht ihr damit? Wir sind doch nur Gerüchte, klar Ich will auch nichts mit Sicherheit Aber es scheint, das hätte sich ja zu tun mit den Akkertzugiedern getragen und einem Kugeln ja ziemlich schwer verletzt So, äh, was zu tun, 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 was zu tun was zu tun, was zu tun, was zu tun, was zu tun, was zu tun Ich bin einfach Bin ich jetzt nicht eigentlich lieber? Ja Du kannst ja... Ne, kakashi benutzt Na und? Du redest fast alle? Okay, dann bist du ein kakashi Wenn er sich mit einem Kulmoninge angelegt hat, würde er reich 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 Kage Reich Kage Keines Falsch einfach so hinnehmen Und das sind zwei Unterschiede hier Und das sind zwei Unterschiede hier Ja Du bist das nochmal dran Und überdies gilt Sasuke ja als abtrünniger Ninja Und solche Ninjas werden eliminiert Das ist ganz normal Nur, der, die zu Tumade Wohlwollen war es zu verdanken, dass wir uns privat um die Angelegenheiten kümmern müssen Angelegenheit? Ja Ja Ich werde mit Danzu über die Sache sprechen Ich komme mit Warte, das Problem wird nicht gelöst, wenn ihr da einfach so lange einplatzt Hört mal Aber Ah!